Was davon ist richtig? Es gibt nur eine richtige Antwort und ihr müsst entscheiden. Im Großen und Ganzen super einfach zu verstehen, zum Beispiel das hier. Jeder schneidet das Toastbrot so. Keiner schneidet es in der Mitte. Wer schneidet das denn in der Mitte, Junge? Seid ihr krank oder was? Aber ich denke, ihr versteht es. Wir starten direkt rein und let's go. Wir starten rein mit Klopapier. Wenn ihr das zum Abwischen benutzt, macht ihr das so kaputt oder faltet ihr das ordentlich? Ich sage euch ganz ehrlich, Freunde, jetzt könnt ihr entscheiden, aber... Also ich falte das auf jeden Fall. Wer macht das denn vorher kaputt? Junge, das macht doch gar keinen Sinn. Man muss richtig schön ordentlich falten. Bam. Und dann lässt sich smooth... Ihr wisst schon, wie es läuft, Freunde. Auf jeden Fall falten. Weiter geht's mit der Frage der Fragen, Freunde. Apple oder Android? Falls ihr Team Apple seid, lasst jetzt ein Abo da. Falls ihr Team Android seid, lasst jetzt mal dem Short einen Daumen nach oben da. Aber ich sage euch ehrlich, ich war früher immer Android. Jetzt auf jeden Fall Apple, Junge. Komplett Apple.